Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest der Pfad der Pein anzunehmen bei Unteroffizierin Altumus auf der Höhlenfeuerhalbinsel an dieser Position. Falls das jemand interessiert, hier unten sieht man auch die Koordinaten zu jeder Zeit. Falls eine Vorquest nötig war, dann war es die Quest Wiedergeburt der brennenden Legion. Ich weiß nicht ob die Altumus die Quest auch ohne diese Quest verfügbar hatte. Angenommen und schon geht's ab. Nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5 aber eventuell hilft das Video euch auch während ihr BC Klassik zockt. Ich glaube bei den Quests von BC hat sich nichts geändert mit dem Kataklysmus also sollte es helfen. Eventuell benötigt ihr eine andere Anzahl an Mobs oder Quest Items. Aber normalerweise sollte alles verfügbar sein bzw. gleich sein. Ihr seht ich bin schon im Questgebiet und hier darf ich solche völlische Kriegsetzer töten oder zerstören. Und ein paar Wichtel und noch irgend so einen bösen großen Dämon. Genau Schreckensrufe. Alles ziemlich einfach finde ich. Weiß jetzt nicht wie es während Classic sein wird. Dann schnappe ich mir so ein Wichtel. Wenn nötige ich auch. Leider sind auch viele kleine Wichtel dabei. Zum Teil. Und die Höhlenbestien habe ich. Gleich auch schon. Da kastete Feuerball. Der lebt ja gar nicht lang genug um den durchzubringen. Der ist wirklich schnell gestorben. Hä? Bin ich schon Level 1? Nein. Hält was auf der Junge? Hält was aus? So, hier ist noch ein Wichtel. Der letzte, den ich benötige. Aber irgendwas sagt mir, ich werde noch weitere töten müssen. Während ich diesen Schreckensrufer suche. Ähm. Habe ich noch keine Skills, um heilige Energie zu verbrauchen? Nur wo auf der Herrlichkeit oder wie? Ah, da. Urteil des Templars. Bäm. So, jetzt suche ich so einen Schreckensrufer. Nö. Ja, die Wichtel, die ist ja logisch. Wieso auch nicht? Ah, da oben ist einer. Das sind diese Mobs. Die Patrouillieren hier in diesem Gebiet. Und da ist er auch schon tot. Ein Glück, dass ich Paladin bin. Kann mich ein bisschen gegenheilen. Und hier bleibt noch was. Gut. Quest ist bereit zur Abgabe. Also ich finde, das hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Aber je nachdem, wie euer Equip ist in BC Classic. Kann es vielleicht ein bisschen klitzel kleines bisschen länger dauern. Gleich sollte ich auch schon da sein. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Unteroffizivin Altumus. Auf der Höhenfeuerhalbinsel. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Oder aber, ihr besucht mich auf meiner Twitch Seite. Da bin ich des Öfters unterwegs. Link dazu findet ihr in meinem YouTube Kanalbanner. Aizsokke, Ende.